Wa qurrabbi zidni ilma Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, liebe Geschwister. Heute beginnen wir eine neue Serie mit dem Namen Erweiche dein Herz. Viele Geschwister fragen sich, wie kann ich mein Herz erweichen? Und die erste Antwort, die man geben muss, lautet durch den Koran und diesen in der Nacht zu rezitieren. Hier gibt es einige Schritte, die einige Gelehrten erwähnen. So dass dein Herz auf beste Art und Weise erweicht wird. Erstens, schlafe in der Nacht, bevor du dein Qiyam al-Layl verrichtest. Denn das hat einen heftigeren Effekt auf dein Herz. Wenn du aufstehst vom Schlaf, ist dein Herz demütig und sehr ruhig. Und der Koran wird auf ihn einen sehr starken Einfluss haben. Zweitens, verinnerliche, dass du gerade bei der Gebetswaschung sehr viele Sünden verlierst. Beziehungsweise diese von dir abfallen. Versuche das zu verinnerlichen, sodass du das Gefühl hast, rein vor Allah subhanahu wa ta'ala zu stehen. Dann drittens, lies oder versuche am Tag davor, Verse ausfindig zu lernen, in denen sich Allah subhanahu wa ta'ala selbst beschreibt oder lobt. Beispielsweise die bekannten Verse am Ende von Surat al-Hashr, huwa Allahu al-lazhi la ilaha illahu und so weiter. Oder Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illahu al-hayu al-qayyum. Oder Surat al-Ikhlas, qull huwa Allahu ahad. Oder der Anfang von Surat al-Hadid, in denen Allah etwas von seinen Namen erwähnt. Versuche diese nicht nur einmal zu rezitieren nachts, sondern zu wiederholen. Zweimal und dreimal und viermal. Immer und immer wieder, bis du merkst, dass dein Herz weich wird und vielleicht sogar einige Tränen kullern. Der Sinn ist aber, versuche diese Verse sehr oft zu wiederholen, bis du dein Herz antrainierst. Wenn es Verse hört, in denen sich Allah selbst beschreibt, dass in deinem Herzen etwas passiert. Oder lies am Tag vorher, beziehungsweise lerne auswendig am Tag vorher, Verse über die Hölle oder über das Paradies. Oder Bittgebete, beispielsweise das Bittgebet von Yunus a.s. Oder von Adam und Eva, als sie im Paradies vom Baum aßen, sagten sie Als sie sagten, oh Allah, wir haben uns selbst Unrecht angetan und wenn du uns nicht vergibst Und uns barmherzig gegenüber bist und uns barmherzig behandelst, oh Allah, werden wir zu den Verlierern gehören. Spreche diese Dua, erinnere dich an die Geschichte und denke ebenfalls an deine Sünden Und wiederhole das Bittgebet einmal und zweimal und fünfmal und zehnmal und zwanzigmal mitten in der Nacht. Und Verse, die über den Iman an sich sprechen oder über die Angst, seinen Iman zu verlieren. Wie zum Beispiel Surat Ali Imran, Surat 3, Vers 8, in denen Allah subhanahu wa ta'ala sagt O unser Herr, Rabbana, lass unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem du uns recht geleitet hast Und schenke uns von dir aus Barmherzigkeit, denn du bist der unablässig Schenkende. Das ist eine sehr schöne Nasiche einiger Gelehrten, wie man sein Herz erweichen kann. Ha dha vallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alameen.